was geht leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal was ihr heute sehen werdet ist eine haltet euch fest haltet euch fest amenaziki spaß ja das ist hier eine argus nuclear und das eigentlich hier voll crazy entstanden sag ich mal so ich hatte hier in der lobby einfach ganz normal mit der macht a7 gespielt habe ich halt so gesehen ja okay der wächter wollte ich einfach so geiern und habe dann einfach die standard klasse genommen und ja und danach habe ich einfach gesagt kommen eigentlich bin ich mal so dass ich wenn ich jetzt etwas gejagt habe mich direkt irgendwie so selber umbringe weil keine ahnung ich weiß nicht warum ich hasse ihn so mit standardklassen zu spielen da habe ich ja mal jetzt so gedacht so egal kommen bis jetzt einmal stirbst einfach mit argus hier durchziehen hier aber was passiert so ich sehe so ja gnadenlos kommen könnte was sein nach sich unnachgiebig ich fange an zu schwitzen ich sehe brutal schweiß tropft schon so richtig so wasserfall mäßig und dann einfach nur klar reichte ich kann sich fassen da war auch richtig keine clips er hat das clip so viz dabei hat so kleine momente und ja ich habe euch ja gesagt dass ich irgendwie so versuche keine normalen nuklears zu machen also mit normalen machen wie er macht da 1 oder er macht da 1 er macht da 7 alter was das ich verwechsel das immer scheiß bio 2 alter spaß jetzt so ich irgendwie so mit pistol versuche nuklears zu machen mit irgendeiner pumpe sniper versuche ich auch noch wird aber richtig schwer hier guckt euch an mann warum diese diese stelle was hier so krass kommt die prezi stimmt warm weg warm hitmarker warm das wäre eigentlich kollekt jetzt hier gerade gewesen aber nein weil ich so ein missgebot bin gebe ich einfach beiden gleichzeitig auf jeden fall wo war ich stehen geblieben alter ich bin so vergiss nicht mann vergiss nicht vergiss nicht etwas aber ich hier war da los man ihr doki moments am stüssel oder was jemand kommen wo war ich jetzt stehen geblieben das regt mich so krass auf ja genau ja ich versuche gerade eine sniper nuclear aber wird auf jeden fall dauern ja ich versuche jetzt wie gesagt pumpe also noch alle mit haymaker oder also verschiedene pumpe mit pistols sniper womit kann ich noch ja nein weiter könnt ihr vergessen kein bock schaff ich sowas so nicht meine nerven reichen zu nicht aus aber ich könnte mal irgendwie so ein live gameplay machen so ein live commentary wo ich irgendwie so mit knife spiele oder keine ahnung und ja habt ihr eigentlich schon irgendwie so mit schlaggegnuklears gemacht oder irgendwie so mit sniper oder so würde mich auf jeden fall interessieren ab in die kommentare damit und ja das war es jetzt auch eigentlich von mir hier die grad die brutalmedaille erreicht ja das war jetzt auch von mir und abonnieren kommentieren nicht vergessen und nicht vergessen haut rein ach ja jungs ich habe noch was vergessen zu erwähnen und zwar die nukleare sohle er spielt hier so lange alles solomania und ja das war es jetzt auch jetzt jetzt wirklich haut rein jungs ich hoffe es hat euch gefallen und tschau auf